die haben noch mehr als genug hier aufzufüllen da erhebt sich die sonne endlich wird es wieder tag da holen sie holz um das zeug zu bauen so du nimmst noch gras und du nimmst nur fabric so du sammelst mal hier das gras bitte auf so ihr macht hier weiter so 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 ich hoffe mal du machst mir jetzt den so 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 jetzt räumt er das auf so dann fangen wir an zu sprengen aber die sind alle freigesprengt schon. dann sprengen wir das hier noch frei bauen wir das brimstone hier. das kannst du mal abbauen dass wir dir mehr bomben machen können. jetzt haben wir auf jeden fall ein bisschen mehr holz und ja ihr beide, ihr helft mal da dass wir schneller an die materialien kommen so du baust mir mal drei machen wir gleich mal vier frische ladungen kommen und ja das holzfällen hier ist erstmal eingestellt nein nein mehr bomben so das heißt es wird weiter gebombt ok 10 bomben habe ich jede menge leute die nichts zu tun haben gerade weil ich den baauftrag nur nicht erweitert habe das waren zwei bomben das wollte ich nicht unbedingt aber jetzt haben wir hier eine menge holz umlegen so du kommst da hoffentlich hoch ja ok jetzt hat er wieder zweimal geworfen das hat gerade gesessen und hat da ziemlich viel kaputt gemacht auch gut ich bin aber zuversichtlich dass das jetzt solltet ihr wieder was zu tun haben und auch jede menge holz hier rumliegen haben wobei schnappt ihr das nochmal schnappt ihr hier die restlichen bomben bitte muss ich hier oben noch ein bisschen frei sprengen können klappt doch wunderbar also hat das gereicht alle frei zu sprengen alle bis auf einen auch gut so jetzt sollten alle hier frei gesprengt sein naja ihr beide baut da das schweflauf fertig ab das ist ok hier und ja aus dem vorrat hier kommt sehr viel brimstone zusammen um noch viel mehr bomben zu bauen und ja aus dem vorrat hier kommt sehr viel brimstone zusammen um noch viel mehr bomben zu bauen nicht die Das war's für heute. Na ja, wir machen wirklich Fortschritte, oder? Was meint ihr? Na, nicht mehr viel Brimstone da oben. Oh! 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 Ja, noch mehr als genug Colts hier drüben. Ja. Wenn wir weiter die Stümpfe freisprengen... Können wir noch ein bisschen mehr Holz rausholen, wenn wir die Stümpfe freisprengen? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, du sprengst uns noch ein bisschen Baumstumpf frei, nämlich das hier drüben. Jetzt kriegt er gleich was ab, oder? Nein. Ernsthaft? Jetzt hat der was abgekriegt. So, einer macht einen Abflug. So, aber dafür ist der Rest jetzt freigesprengt. Ja, komm, versuchen wir auch noch die hier frei zu sprengen. Perfekto. So, wir lassen, das hier. So, ich habe auch einen Abflug. So, ich habe auch einen Abflug. So, ich habe auch einen Abflug. So, ich habe einen Abflug. Ja. Das machen wir jetzt erstmal so. Gut, hier werden auch Stümpfe abtransportiert. Sehr schön. Ja, Stück für Stück nimmt das immer mehr an Form an. Man sieht zwar nur noch gut, wo ich auf Stümpfe gebaut habe. Aber wenn dann alles mit der Erde bedickt ist, sollte das nicht mehr der Fall sein. Gut, ich würde aber sagen, wir speichern hier jetzt mal wieder. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.